Meine Mom hat eine Schwester, sie heißt Emma. Sie kommt immer zu spät. Ihr Vater heißt Bucky und die Tante meines Vaters wird da sein, Tante Fischi. Frag nicht, keiner weiß wieso, wie sie so nennen. Und dein Bruder heißt Hank und seine Kinder heißen Charlie, Madison und Bo Joshua, Maddie und BJ. BJ. Was sind das für Eltern, die ihren Sohn BJ nennen? Sie werden mich durchschauen. Nein, nein, sie werden dich lieben. Rede einfach nicht über Waffengesetze, Frauenrechte oder Religion. Sag ihnen doch einfach, dass ich nicht sprechen kann. Oh, ich will nur nicht, dass sie denken, dass ich mit einem engstirnigen Typen zusammen bin. Ich nehme dich nur mit, damit ich sie nicht schon wieder enttäusche. War nicht persönlich gemeint, sie sind Liberale mit Vorurteilen. Wir haben einen Plan und halten uns daran. Wenn ich so eine engstirnige Enttäuschung bin, wieso hast du mich dann angefleht mitzukommen? Nein, du hast mich missverstanden. Nein, vielleicht hast du dich selbst missverstanden. Aber nein, du bist ja so aufgeschlossen, das wäre gar nicht möglich, richtig? Hey, beruhige dich. Bitte sei ein Mann und wir lügen meine Eltern an, okay? Verdammt, Lügen fällt dir so leicht.